Fox Spot Alter Da werden wir nicht mal wie aussteigen tun Boah, du hast dich aus Da ist der scheiß Model da drüben Boah Ey, wir leben noch bleiben Ja, erst mal ja Mal sehen wie lange Jetzt habe ich immer noch 65, 60 FPS 94 Ja gut, ist Prozessorsache, es geht halt viel Eigentlich nur um Prozessor, ja Ich glaube, es hängt doch vom Server ab Keine Ahnung, weil mein Prozessor ändert sich ja nicht Ja, ein bisschen mit Wieso? Die meiste Last geht auf dem Prozessor Ich bin ja selbst unter 90, 80? Warum? Warum mache ich jetzt auf einmal bloß 60? Weiß nicht Eben warst du noch vor mir Ich hau gar nicht hinter dir am Gebüsch Ach so, ich will schon sagen, du warst doch gerade Warum sehst du dich ja nicht? Oh, das ist ein Gegner, Alter Ja, ich sehe dich aber nicht, ja Hier Ach Gott, hä? Ich habe dich nicht gesehen jetzt Aha Das geht doch gar nicht Das sind aber normale Waffen, ja Die waren glaube ich noch ein Stück weg, oder? Mhm Ja, die Schüsse zuordnen sind halt dumm Mhm Ich bin auch immer gleich Du, wo mache ich jetzt zusammen? Das hat schon mal completed, okay Motel Ah, hier sind weiter Oh Oh Hier siehst du gar nicht Einer Mine? Nee Verlieb Nun nachladen Wo bist du? Ach ja Ja Jetzt sind wir über die Maul fies, ne? Ja Mhm Ich gehe immer drum rum Ich komme auch mit Ich bin sicher gewesen, oder? Ja Mhm Die haben jetzt eh Sicht auf uns, ja Mhm Und da hat viel gebraucht Oh, da schießt doch was anderes Ja, ja, da ist ja mindestens noch leer Ach, nimmst du hier unten noch? Ne, Spieler sind hier Ja, da sind ja, ja Das kommt noch dazu Jetzt rennt der Idiot weg Der muss noch da Mhm Der muss noch da Was denn? Ne, das ist aus hinter dem Maul eingegangen Der Hund Boah Oder ist er tot? Ich weiß es nicht Weil der kommt noch nicht vor Mhm Ne, ich sehe ihn nicht Das ist tot Der hat sich gepflegt Ja, das wird Ich brauche Hotelschlüssel Mhm Ja, hier Ne Mausen Toll Toil Ist noch dein Ding? Der hat nicht immer einen Rucksack Das Arschloch Ich kann's nur nicht nehmen Weil ich keinen Rucksack hab Ach so Hier liegt noch einer Vielleicht hat der einen Ja, klar, gleiche Ich brauche Ah, scheiße Hier ist noch einer irgendwo Oh, feißer Mieders 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 Ja Oh, ich bin getroffen Hier ist noch einer Ja, ich bin getroffen Ja, ich bin getroffen Oh, ängel, leichte Ich bin verbinden Feißer, Alter Ja Nutzend Kind Das tun wir Ja, die M4 macht schon Spaß Die verreißt halt kaum Mhm Das ist schon ein Unterschied zur AK Ja Hast ein paar mehr Muni Aber Ah, ist alles weg Okay Nachladen würde ich BT rein Load Okay, ich bin wieder Ready Geil gemacht Da hab ich's ja umgelegt Den Hund Mh Den Mose muss ich mitnehmen Ah, wo war denn der Ah, der hier Passt nicht rein Scheiße Hm Ja, kann ich halt nicht mitnehmen Ich muss die Wichser Oh Ich muss die Wichser nach Schlüsseln durchsuchen Ander Mhm Ja, wenn ich einen finde, sag ich das Was ist er denn jetzt einfach? Hier und da her, den Rucksack Bleibe Achso Ah Da passt es nicht rein Wir sehen halt nicht, Alter Leiter Hast du? Hast du? Ich weiß es nicht Hier ist keiner mehr Hier ist keiner mehr Ich war tot Der war ja hinterm Zaun Ich hab ja durch den Zaun gesunken Ich hab da vorne noch Kein durchzugehen Ja Ey, wir haben doch hier so viele Arschaußen Wo liegen die denn alle rum? Der DQA1 hat der, Alter Geil Warte mal, da kann ich mir auch was durch den Club abmachen Oh Oh, ich hab hier einen Schlüssel Geil Oh, das ist sogar Ah, ist der 102 Ja doch, das ist der Das ist der richtige Schlüssel, Alter Keine Achso, das ist der S Achso, das ist der S Äh, hier Hier, da hat er Der hat er an dem Wo ich dir gesagt habe Hier an diesem Moped Der hier liegt Okay Der hat noch drei Magazine Und noch eine Ja, äh Diese Dings Oh, ja Oh, der braucht ja Sehr gut Was ist das hier? Oh, hier ist das Oh, ich hab keinen Platz Geil Wo bist du auch hier drin? Hm? Mal rein, hierzu Close, close, close Mann, kann ich immer noch nicht nehmen, oder was? Der Essen ist nicht gut Wie viel Platz braucht das scheiß Ding? Ach, da braucht er nämlich den ganzen Koffer mit Oh, das ist ein riesen Ding Scheiße Das würde ich eigentlich gerne in den Secure Container packen Ja, wir müssen jetzt die große Version, das ist ein 9x9 Ach, den Schlüssel will ich aber auch behalten, Alter Ja, Secure Container 9x9 Da kriegst du alles rein Den brauchen wir Ich muss die andere Version holen Das ist jetzt nicht Dann lass uns erstmal zurückfliegen, damit ich hier Mist abgeben kann Machen wir Oh, du reiten Oh, du reiten? Voll geladen ab, okay Ich will's mir trinken Ja, bring erst mal, mach dich voll Dann müssen wir erstmal karte, warte, foxtrot, ich mag hier's mal Ja, stimmt wegpunkt schätze dahinter wollte gleich rufen kommen wir gar nicht an aber nicht rufen aber ich will es ja noch so ungefähr gekommen sind immer gerade aus eigentlich das war gut ist jetzt ja noch viel passieren aber aber erst ja wie keine dsing scheiße wie bei tag auf jahr ja doch wie auch das aber nicht so extrem manchmal hast du ja erschossen diesen jahr noch mal ganz geführt sie sind umgefallen das läuft gut ich habe mich jetzt hier an den gebüsch dann rufe ich den hubschrauber wir sind ja bloß im feindesgebiet lasst euch zeit ja fliegt zu alpha 1 lange das ist genau so lange wie herrlich wenn du ganz links unten bist da fliegst du ungefähr eine viertel stunde und wenn du rufst dauert das auch eine viertel stunde das ist übel doch das ist übelst ok jetzt drei minuten bei acid fired und bei quatix habe ich zugeguckt die waren da links unten wahnsinn die flugzeit naja aber keine viertel stunde doch von hier braucht er drei minuten das ist schon sehr sehr lange also sechs minuten mehr nicht sechs sieben minuten höchstens da fliege immer sieben minuten wie viel langer das ist das ist schon übel so na gut laufen wir los auch nicht dass unsere uns jetzt ab dass uns unsere eigene männer jetzt hier abknallen setz dich hin du knorpel alter das machst du du? ja jetzt 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 das reagiert manchmal ja 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 easy 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2